Musik Ich bin jetzt nochmal am Tag meiner Abreise aus Moldawien. Also es geht los gleich, 700 Kilometer mit dem Zug von Kisinau in Moldawien nach Bukarest in Rumänien. 15 Stunden Fahrt, liegt in einem alten Schienensystem in beiden Ländern, das seit 50 Jahren nur noch vor sich hin vegetiert und daran, dass der Zug umgespurt werden muss auf verschiedene Schienennetze, weil das Moldawische dem Russischen gleicht und das Rumänische noch dem Westeuropäischen. Und es wird ungefähr so zwei Stunden dauern, die Waggons von den einen auf den anderen Punkt zu heben. Musik Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen sehen. Das Licht hier drin ist grauenhaft. Ich hab's jetzt versucht, irgendwie ein bisschen einzustellen in der Kamera, aber naja. So ist der Stand. Ich bin zwei Stunden mit dem Zug gefahren, mit einem ganz witzigen Moldawier, der sich unterbrochen mit mir unterhalten wollte. Mein Russisch ging auch einigermaßen, aber er hat mir so viele Fragen gestellt, dass ich teilweise nicht mehr die Fragen verstanden habe. Aber wir konnten uns dann mit Händen und Füßen noch einigen und verständigen. Das war okay. Er ist in der letzten Grenze ausgestiegen, kurz vor der Moldawisch-Humänischen Grenze. Unterdem bin ich alleine im Abteil. Das ist ganz angenehm hier in so einem Viererabteil. Das war noch alles russischer Standard, aber das ist ja nicht so schlimm. Und als wir dort losgefahren sind, sind erstmal die ersten Grenzpolizisten eingestiegen, auch von der Moldawischen Seite. Die waren bis dahin noch ganz okay. Außer, dass der Grenzpolizist meinen Reisepass gesehen hat, noch mehr Dokumente verlangt hat. Ich habe ihm meinen Personalausweis gegeben, scheint ihm aber irgendwie auch noch nicht gereicht zu haben. Und er ist dann damit losgezogen und wollte die irgendwo kontrollieren gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Ich wollte aus dem Land ausreisen. Auf jeden Fall hat er dann meinen Personalausweis mitgenommen und meinen Reisepass und hat mir für anderthalb Stunden verschwunden. Zur gleichen Zeit ist er durch den Zug hier getobt und hat angefangen, nach Schmuggelware zu suchen, wahrscheinlich Zigaretten. Er hat so einen kleinen Spiegel gehabt, um alle Ecken zu gucken und hat alle Wände abgeklopft. Bei meinem Gepäck ging es einigermaßen. Er wollte nur ein bisschen drauf rumgedrückt. Also man hätte mal irgendwas dran gehabt, hätte er es nie gefunden. Aber ich glaube, ich habe den Vorteil eines Nicht-Rumänien oder Moldawien. Das heißt, bei mir ist das Schmuggeln unwahrscheinlicher. Zur gleichen Zeit haben sie die Wagen umgespurt. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Ich hoffe, die sind verwertbar. Auf jeden Fall wurde bei dieser Umspruchung der ganze gesamte Zug auf ein spezielles Gleis gefahren. Bei dem ist zwei Gleise. Es gibt einmal diese Breitspur, die russische, und einmal diese Schmalspur, die westeuropäische, die gleichzeitig dort aufeinander liegen. Dann sah es so aus, als würden hier überall so wie Autohebebühnen nur viel, viel größer und viel stärker stehen. Und dort wurde der Zug an die Lok abgekoppelt und die einzelnen Wackons. Und wurden dann an diese Hebebühnen manövriert. Und bei denen, die dann langsam angehoben wurden, man hat auch so einen riesigen Knacken in dem ganzen Zug nicht viel mitbekommen. Das war so ein bisschen merkwürdig. Wir wurden dann ungefähr so auf zwei Meter Höhe gehoben. Und dann wurden unten die alten Teile abgekoppelt. Die Schienenaufsätze wurden abgekoppelt mit der ganzen Elektronik und der Mechanik. Die wurden dann rausgeschoben mit einer Seilwende und es wurden neu reingeschoben. Und die wurden dann wieder verkabelt und festgemacht. Das Ganze hat ungefähr zwei Stunden gedauert. War ganz okay. Leider konnte ich nicht rausgehen. Die Leute haben sich hier nicht bestechen lassen. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Ich habe es eine Weile versucht, aber es gab keine Möglichkeit. Aber zur gleichen Zeit lag auf dem anderen Gleis gegenüber ein anderer Zug, der auch umgespurt wurde. Und deswegen konnte ich wenigstens ein bisschen filmen. Ja, als wir dann umgespurt waren und die Leute wieder ausgestiegen sind, die Grenzer, sind wir noch ein bisschen rumgetuckelt hier. Ich bin gar nicht sicher, irgendwelche zwischen Betriebsbahnhöfen sah das so aus. Und ich hatte schon Angst irgendwie, dass mein Reisepass und mein Personalsweis verloren gegangen sind, weil der Typ nicht wiederkam und alle Grenzen ausgestiegen sind. Und dann sind wir noch ein Stück angefahren noch, zu einem anderen Punkt wieder. Und dort ist er wieder eingestiegen und hat mir dann meinen Pass zurückgegeben und hat ihn ausgestempelt. Und dann hat man noch Good Luck gewünscht. Ja, im Augenblick nehmen die Rumänen den Zug auseinander. Also, die Passkontrolle war diesmal relativ einfach. Die Gepäckkontrolle war ein bisschen schärfer noch. Sie haben noch mein Gepäck nochmal abgetastet, wollte ganz genau wissen, was ich wo drin habe und so. Aber alles okay, aber sie klopfen gerade nicht die Wände ab. Aber sie fangen an, alle möglichen Teile, die man abmontieren kann, abzumontieren und nachzugucken, ob das die Geräten da hinter sind. Und hier laufen uns Leute durch mit großen Taschenlampen und klopfen jetzt auch noch die Wände ab. Ja, es ist sehr merkwürdig hier gerade. Ich bin auf jeden Fall total müde, würde gerne pennen und hier ist ein riesen Tarra, nur weil sie Schmuggelware suchen und keine Ahnung, was sie noch alles suchen hier. Mal gucken. Aber meine Kabine ist jetzt, glaube ich, schon kontrolliert worden und jetzt pocht es und klackt es hier überall in dem Zug gerade. Wahrscheinlich wird gerade die Kabine neben mir abgetastet, ob da noch irgendwo was sein könnte. Naja, sind ein bisschen verrückt hier. Ja, aber angeblich soll der Zigarettenschmuggel zwischen Rumänien und Moldawien relativ stark sein. Heute ist der Tag der Abreise. Ja, ich bin kurz vor fünf aufgestanden, wie man in meinen Augenrändern sieht. Ich bin total übermüdet, habe gut fünf Stunden geschlafen vielleicht, wahrscheinlich weniger. Langsam merkte man mir das an. Ja, dann hat mir mein Host heute früher noch schnell ein Taxi gerufen. Das war eigentlich ganz okay, wohl viertel Stunde Taxifahrt bis zum Flughafen. Leider fahren die Busse noch nicht um die Uhrzeit. Ist halt noch zu früh. Hätte ich nicht geschaffen mit einem Bus, deswegen musste ich ein Taxi nehmen. Ja, das Witzige war, nur im Taxi eine Quittung zu bekommen dafür, dass man gefahren ist, muss man ungefähr das Doppelte bezahlen von dem, was auf dem Taxometer steht. Auf dem Taxometer steht. Jetzt habe ich noch genau 20 Lei, das sind fünf Euro. Ich habe, glaube ich, noch irgendwas kaufe hier, aber es ist mir halt gerade alles zu stressig. Ja, das Problem, warum es so stressig war, ist, dass es beim Einchecken ein riesiges Problem gab, da ich viele Sachen außerhalb meines Rucksackes befestigt hatte. So wie meine Thermoskanne und mein Stativ und meinen Schlafsack. Und das ging alles nicht. Die Thermoskanne musste rein, Stativ musste rein. Mein Schlafsack musste ich ins Handgepäck nehmen. Ja, das war super. Dann musste ich alles nochmal umpacken und mich neu in die Schlange stellen. Das hat dann mindestens eine halbe Stunde gedauert, wahrscheinlich länger. Und beim Sicherheitscheck wurde es nicht besser. Die haben alles durchsucht, alles durchforstet. Ich wusste gar nicht, warum. Ich bin durch den Scanner gelaufen und es kam keine rote Lampe. Und trotzdem wurde ich abgetastet. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Das ist mir auch nicht begegnet. Aber naja. Wenigstens war die Passkontrolle, die man hier immer noch hat, um endlich zum Boardingbereich zu kommen, auch noch da. Das fand ich auch schon merkwürdig. Aber das war wenigstens kein Problem. So, wir wurden gerade aufgerufen, dass das Boarding gleich startet. Neben mir bildet sich schon eine große Linie. Hier ist der Robin. Ich bin gestern heute angekommen, hier in Halle. Hab gestern ja nicht mehr geschafft, was aufzunehmen. Ich war einfach zu K.O. Was hat dann doch 13 Stunden gedauert, als ich in Halle war? Wir haben kurz zusammenzufassen. Wir sind ja in Halle gestartet, vor mehr als 30 Tagen. Dann nach Krakau. Das sind mit dem Zug ungefähr 800 Kilometer. Weiter mit dem Bus von Krakau nach Budapest. Ungefähr 400 Kilometer. Dann weiter von Budapest. Mit dem Zug nach Bukarest. Das sind 800, 900 Kilometer. Dann nach Bukarest. Weiter nach Jasch. Das waren 400 Kilometer mit dem Zug. Und sieben Stunden. Was sehr, sehr lange war. Dann weiter mit dem Bus. Von Jasch nach Kischenov. 150 bis 200 Kilometer. Und von Kischenov zurück mit dem Zug nach Budapest. Bukarest. Das ist so ungefähr 700 Kilometer. Oder 600, 700 Kilometer sind. War super. War super anstrengend. Ich habe das aber jetzt geschafft. War eine echt coole Reise. Rumänien zu erleben. Und Rumänien ein bisschen zu entdecken. Mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und auch mal wieder nach Moldawien zu kommen. War wahrscheinlich schön. Aber auch mal nach Ungarn zu kommen. Das war echt eine Reise wert. Und war super interessant. Ich habe coole Erfahrungen gemacht. Ich habe viele Sachen gesehen. Die ich nicht erwartet habe. Und hatte weniger Probleme an den Grenzen, als ich erwartet habe. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es mehr Probleme gibt. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir ein bisschen zu folgen. Ein bisschen zu sehen. Ein bisschen was von Osteuropa zu hören. Auch wenn ich leider nicht viel filmen konnte. Aber meine Kamera konnte ich nicht überall mitnehmen. Und da das bloß nur eine semi-präventionelle Kamera ist. Wären die Bilder auch nicht gut geworden. Ich hoffe, dass es dann noch ein bisschen interessant für euch war. Und dadurch ist es nur, euch selber mal auszuprobieren. Einfach mal nach Osteuropa zu schlagen. Und zu gucken, was ihr dort erwartet. Tschüss. 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 Tschüss.